Die sehen auf euer Pässe, die sehen auf unser Alter, die sehen unsere letzten Ergebnisse und ich sag euch, soweit hier steht, die nehmen euch nicht ernst. Gehen wir jetzt raus, fangen an Larifari zu machen, ich sag euch, die ballern uns ein nach dem anderen um die Ohren. Wir sind nicht aus Berlin hier gekommen, damit wir hier Hotel sehen, gut essen, keine Ahnung was. Jungs, erste Viertelstunde wird geballert. Die müssen sich erschrecken, was heute auf die Zukunft wird. Und darüber hinaus, spielen wir alle Fußball miteinander, bauen uns gegenseitig auf, sind alle untereinander positiv. Dann sag ich euch, haben wir richtig schöne Reise hinter uns, ok? Auf geht's.